hallo liebe freunde herzlich willkommen zu einer neuen folge world of subways volume 3 landen underground hier bei finny zockt wir sind hier in unserem depotzug wir sind noch keinen meter gefahren ja schauen wir hier hin wir haben grün nächste station gibt es nicht not in service sagt haben wir ihn einmal richtig eingestellt schon wieder viel zu knell unterwegs dürfen die leine noch 25 sachen mal sehen dass heute noch was wird so 24 kmh und dann 18 m grün freut mich das so 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 Okay, jetzt die nächste Bahnhof, darf ich das gerade so ruhig fahren. Ah ja, jetzt darf ich mich fahren. Ah ja, das ist jetzt genau, okay. Jetzt fährt es gut. Das ist ja schön. Wir haben hier drüben mitfahren. Ne, das ist okay, es ist weg, wir gehen zurück. Hier ist grün und da haben sie schon wieder eine Schutzzone. Keine Ahnung, die Schutzzone, das ist auswendig. Ich weiß, ob das der rechts ein Kollege ist. So, jetzt scheint es da vorne wieder rund umzugehen, die Erde. Hier haben wir zumindest eine Unterführung. So, jetzt mal eine Bremsung hier. So, 0,29 m auf dem grünen. So, 0,29 m auf dem grünen. So, jetzt ist es in der Mitte. Da stammt rüsselt und dann mache ich hier auch rüssel. Ach, her ist es. Da ist der da, okay. Hier ist grün. So, schön. So, da vorne ist Grün, das ist jetzt schon mal. So, jetzt sind wir hier, da vorne, die grünen Welle hier, das ist ja sagenhaft. Toll, da vorne ist Kollege. Hier ist Grün. Nur in 1000 Metern ist nichts, gar nichts anstecken. So. Da haben wir ein Messer noch auf dem Schicht gestanden. Aber es ist immer noch eine gute Zeit, da klicke ich mal, zu dem Beführungsfahren nach. Ja, haben wir es messen? Ja. Haben wir ja noch ein Messer, wo wir das einfahren. Hier ist wieder bereit. Ja, da kann ich auch noch mal ein paar Mal machen. Ja, da muss man das machen. Ja. Ja, da muss man das machen. Ja, da muss man das machen. Ja, da muss man das machen. Abfahrt hier. Halbzimmerfahrt ist der Wandel, wo wir ankommen müssen, deswegen ist der hoch. Ich glaube, ich sehe den FN9 weg. Das war ein Wandel, das ist rot, ich kann mal raus. Gucken wir es wegen, ich habe immer noch mal ein Stationsmotor. Schauen, stecken wir einfach. Stationsmotor geht gleich raus. Nein, nein. Okay. There is just nothing. Ich sehe gerade, hier ist rot. Hm. Ich will natürlich rausgucken, aber... ... haben wir jetzt hier rot. Darf ich das noch erfahren? Es erschließt sich mir nicht ganz. Hier ist tatsächlich einfach rot. Wir sollen ja eigentlich... Da kann man es nicht so fahren, ohne Passagiere mitzunehmen. So da stehende Abteil, dass das da vorne abholen. Also ich wette, wenn ich jetzt weiterfahre, dann... ... habe ich die Aufgaben nicht geschafft. Aber auf was zu wenig geladen wäre denn hier? Hier ist nass. Ich kann es schon mal voll machen. Warte. 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 Oh, geil, wir sind gefahren. Yay. Das war doch gut, dass wir gewartet haben. Ich war ganz ruhig, wenn ich mir gedacht habe, ich schraube mich mal in den Diener um. Okay, das hier müsste sowieso schon etwas messen sein. Weißt du, wir wären auch nichts weitergeleitet. Jawoll. Ey, ich habe da nicht anhalten gesagt. So. So. Okay? Ich weiß nicht. Ich dachte schon, es wäre vorbei. Okay. Aussteigen. Was soll man durch denn? Kann man hier auch aufmachen? Okay. Ist ganz klar. Noch mal setzen. So, der ganze Käse ist ausmach. Ganz weg. Shutdown. Hier rüber gehen. Der ganze Krampf muss aus. Das Zeug hier ist schon aus. Okay. Wo ist meine Tür? Hier ist meine Tür. Tür schließen. So. Hier aufmachen. Gut. Dann mache ich hier meine Tür nicht zu. Okay. Nächster Wagen. Ich bin hier nicht einfach durch. Ich meine, du spielst das so buggy schon. Ah doch. Geht doch tatsächlich. Okay. Okay. Wenn man hier rein. Setzen. Ja. Amateur nochmal angucken. Passt das soweit? Der steht auf Forward. Der hier wäre anzuschalten. Amateur an zu fern. Amateur betrachten. Verpflicht ausmachen. Richtung Schein der Amateur beleuchtet. Zielerzeit. Fürstanslicht. Den Kutsch hier können wir eigentlich ausmassen. So. Nun Richtung Depot habe ich freie Fahrt. Ich habe freie Fahrt. Los geht's. es ist aber wieso habe ich dir nicht ausreichend betriebsbereit gemacht habe ich beim letzten wagen hätte ich da die wirklich daran sollen ach komm mal ein neues spiel und nach fahrplan fahren es geht am schnellsten zu lang 53 53 ok wir können aber auch stelle einfach mal schluss mal ist die folge nicht ganz so lang gut dann bedanke ich mich hier an der stelle fürs zu sehen in der nächsten folge zweiter bis denn tschö